Bei der Fusionsforschung handelt es sich ja um Grundlagenforschung. Obwohl wir ein sehr konkretes Ziel vor Augen haben, sind wir noch in dem Stadium, dass wir noch nicht genau sagen können, mit welcher Technologie und welchen Mitteln man wirklich zum Ziel kommt. Deshalb halte ich es für sehr legitim, dass wir unterschiedliche Wege parallel verfolgen. Das sind zum Beispiel bei uns unterschiedliche Konzepte des magnetischen Einschlusses, der sogenannte Togamag und der Stellerator, die wir beide in unserem Institut untersuchen. Angesichts der Größe der Aufgabe, letztlich geht es um das Energieproblem der Menschheit, denke ich auch, sollte man keine Kosten mühen, scheuen und die Mittel einsetzen dafür und da relativiert sich letztlich auch der Betrag, den man dafür einsetzt. In der Fusionsforschung untersuchen wir ja heiße Plasmen, was heißt, dass wir Materie in einem Zustand untersuchen, die normalerweise auf der Erde so nicht vorkommt. Wir haben es mit Temperaturen von bis zu 100 Millionen Grad Celsius im Inneren unserer Anlagen zu tun. Und solche Bedingungen sind eher normal in Sternen im Inneren von astrophysikalischen Objekten. Und das heißt, die Grundlagenforschung, die wir machen, hat einen direkten Bezug zu dem, was im Weltall in den Sternen passiert. Es gibt eine zweite Art von sogenannten Spin-Offs. Wir entwickeln auch die Technologien im Wesentlichen selbst, mit denen wir unsere Plasmen erzeugen, einschließen, aufheizen. Und dabei sind wir eigentlich immer an der Grenze des technologisch gerade Machbaren. Und das heißt, wir entwickeln auch Technologien, die dann ihre Einsatzfelder woanders finden. Zum Beispiel bei supraleitenden Magneten, die wir in einem Maßstab bauen, der sonst nirgendwo auf der Erde üblich ist. Oder bei der Heizung von Plasmen, wo wir zum Beispiel Mikrowellenquellen entwickeln, die das tausendfache der Leistung von einer Küchenmikrowelle haben und damit natürlich einen ganz entscheidenden Schritt in die Richtung der Entwicklung von solchen Quellen vorwärts gehen. Ich erwarte mir, dass in Zukunft die Energieversorgung sicherlich einen viel größeren Anteil von regenerativen Energien hat. Was heißt, dass wir dezentralere Systeme haben. Wir werden aber sicher auch darauf reagieren müssen, dass die Regenerativen dann nicht ganz verlässlich in ihrer, in der Abgabe ihrer Energie sind, sodass man sicherlich die Netze ausbauen muss. Zusätzlich aber eine Komponente schaffen, mit der man verlässlich Grundlastbetrieb oder Ausregeln von Schwankungen im Netz bringen muss und das kann Diffusionsforschung letztendlich leisten. Das ist eine Komponente. Das ist eine Komponente. Das ist eine Komponente. Das ist eine Komponente. Das ist eine Komponente.